Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwittiges Tier. Willkommen zurück zu Weiß Moskauer von Cobra Kai 2. Du willst dich Cobra Kai sein? Du willst dich Cobra Kai sein? Ja, wir werden in diesem Part hoffentlich noch den guten alten Stingway rekrutieren. Er wird sich genau hier. Wir brauchen Platz, das bedeutet wir werfen noch jemanden raus. Hier, wir werfen noch jemanden raus, damit wir hier noch den guten Stingway rekrutieren können. Mal sehen, wie mochte ich denn alles nicht in der Serie. Sean Payne, das wurde diese eine Knastschläger gewesen. Ja, Sean hat den Tod schon verlassen, sehr gut. Ich stehe dahinter, dass ich ihn ausgeworfen habe. Den brauche ich nicht. Oh, jetzt ist die Moral bei einigen Leuten gesunken, das wurde jetzt aber nicht, ne? Folgendes, wir bereiten uns vor. Ich würde gerne Aisha mitnehmen, weil die cool ist. Ach, die ist Tank, okay. Schwergewicht. Ja, doch, du bist auch Tanker. Tanker, Schwergewicht, Combo-Freak, A-Rounder. Schöne Gräse raus an Finn. Trotzdem ist es ein Bild von dem Typen noch da, das gefällt mir nicht so ganz. Gut, war immer stehen geblieben. Genau. Aisha, ich werde der jedenfalls noch ein paar coole Sachen geben, weil ich würde die gerne mitnehmen wollen. Weil die mochte ich auch in der Serie, die war ziemlich cool. Ja, zack. Zack. So, welche Moos hat sie denn die gute? Bein sind sie, ihr habt das, äh, genau. Hip und Stich, Schnellfeuerkeks, was war das, so viel geben dir noch, ähm. Die hat doch während des Kampfes, hat die ja auch noch jemand anderes mit verwendet. Kata Heilung hat sie ja während des Kampfes verwendet. Nicht Kata Teikyoko Shodan, sondern Kata Heilung, das ist ja vollkommen anderes. Und sie mobbt noch jemanden, das finde ich doch gut. Alles klar. Warte, was, guck mal ganz kurz, passt das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Brrrr, ganz ruhig Cowboy. Genau, Kata Heilung haben die auch, Beinsense, Hawk. Passt, okay, gut, auf geht's. Wir gehen jetzt nach Kajuli Creek und rekrutieren hoffentlich Stingway. Jetzt nur kurz gucken, haben wir im Knast, können wir da jetzt wieder eigentlich schon Penn rekrutieren? Würde mich jetzt mal nur interessieren. Schule. Da ist der Knast, okay. Hat das du uns schon verlassen, ja. Hab ich nur heute wieder rekrutieren, würde mich einfach interessieren. Egal, pass auf, wir wollen Stingway haben. Ah, Stingway ist cool. Ja, die anderen beiden Flachpfeifen können wir gestohlen bleiben, ich mag die halt nicht. Nein. Ja, die beiden sind echt die Blödmänner. Deswegen, Stingway ist der einzige Coole hier. Aus dem war ich noch nicht in dem Gebiet gewesen. Also hinterher, wir wollen Stingway rekrutieren. Seen, Höhlen, Bäume, der perfekte Ort, um Karate zu trainieren. Genieße die Natur, sei badass und finde Rekruten an der frischen Luft. Aber, sieh dich vor, der Untergrund der Wildnis steckt voller Überraschungen. Gut, wir wollten Aisha mitnehmen, die nehmen auf jeden Fall mal mit. Ja, zack, Aisha mitgenommen. Wenn ihr mal noch mit will, wir können ja theoretisch mit der Kerngruppe losziehen. Das bedeutet, Hawking war mit, ist ja auch ein Gründungsmitglied, Hawking, Miguel und Johnny Lawrence. Das war halt die Gründer, kann man ja schon sagen. So die Gründungsmitglieder. Ist doch geil, ich möchte dir halt mit, das passt schon. Ha, ist das schön, alle dabei zu haben. Ey, das weckt Erinnerungen, das weckt Erinnerungen. So, wir wollen Stingway rekrutieren, auf geht's. Ah, guck, wie ein Coyote, jetzt verstehe ich's, ah. In Natur, Element of Surprise gives Predator's edge over there. This man was no different. Always cast aside by society. He dreamed of proving his worth. And one day, receiving praise from a foe able to best him in battle. Those who can't see me, can't hit me. I lie and wait for the perfect opportunity to strike. Come one, come all, do your worst! Ich hoffe, wir finden den nicht, dass er sich so gut versteckt hat. Das wäre unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Oh, ich sehe schon, als verbrechbare Wand, die macht mir auf jeden Fall kaputt. Da ist er, da! Ich sehe ihn. Mission start! So, wir haben Aisha dabei, das ist gut. Komm Aisha, was haben wir euch der überhaupt gegeben? Ist das eine Puhn-Nudel oder was? Ein sich wär's cool, aber mit den dicken Dingen in der Hand. Jetzt brechen wir erstmal die Wand. Hey, ey, Freundchen! Geht doch! Wand ist kaputt, komm her! Nicht so mit der Aisha, die macht dich kaputt hier. Wow, bin ich hier gelandet. Ich komme nicht mehr runter. Na, was ist das für eine Scheiße? Ich komme nicht mehr runter hier. Jetzt! Toll! Ich habe Glitch entdeckt, sehr gut. Ich glitsche durch die Map durch. Ach, cool. Mal gucken, was ich denn das ist. Jetzt probiere ich es aus. Jetzt will ich es wissen. Toll, ich betrete gerade Bereiche. Von der Map, die ich gar nicht betreten dürfte. Da oben stehen schon mal die nächsten Gegner. Cool. Aber ich kann da nicht wieder zurückgehen. Das ist, äh, dämlich. Ich kann nicht mal die Abkürzung nehmen. Oh, warte. Kann ich auch wieder zurückgehen? Oder ist das unabgeschwärmt? Wir gucken mal. Nein, unsichtbarer Wand. Gut. Ähm. Habe ich schon mal, dass das Spiel komplett broken ist? Total verpackt wie ein Straßenköter. So. Puh, Nudel ist weg. Mir egal. Auf geht's. Komm. Wand ist kaputt. Das ist in Ordnung. Auf geht's. Au. Ey, du. Ich kann nicht gerade greifen. Kann ich gerade nicht greifen. Kopnuss. Wer will. Knack. Bäm. Badass. Komm, Aisha, das schaffst du. Wir locken sie zur nächsten Bank. Komm mit. Komm mit. Knack. Daher beliebigen Fertigkeit erledigen. Kein Problem. Nö, Mordschieds ist hier einrichten. Bäm. 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 Das muss das sein, Aisha. Ja, Katakur. Wir haben es geheilt. Sehr gut. Nicht mit Katakur Shodan, sondern mit Katakur. Katakur Heilung. So, wir haben das Ding schon mal nicht gefunden. Yeah, was haben wir hier drin? Fertigkeiten Plus. Sehr gut. Sieht da ein dicker Gegner aus. Drauf da. Mit deinem Kopf werde ich hier einen Baum fällen. Bäm. Komm her. Und find's da raus. Hier. Knack. Der Baum steht noch. Ich hab was falsch gemacht. Nicht ausweichen, alles klar. Wir müssen tanken, alles klar. Aber er könnte immer noch blocken. No Chi, ja, ja. Bäm. Bäm. Stimmt, Block ging so hier. Ja. Bäm. 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 Keine Gnade. Knack. Hier. Knack. Nicht ausweichen, das Krimalien mit dem Kampf. Ich hab nicht mal alle gekillt. Katakur, wir heilen uns. Geht doch. Aha, hier wurde es versteckt. Kann ich nicht so kaputt machen? Okay. Ich fühle mich großartig. Ja, geiler Boost. Das steht jemand. Wir essen das. Ach, der Typ hier. Nee, Edwin ist blöd. Würde ich nicht haben. Das ist Edwin Sensei. Typischer Cobra Kai-Kid. Was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Ich fände, dass ich deine Kienzeige leert. Deckung. Du da. Komm, Wand kaputt machen. Wand kaputt machen. Müssen die Wand kaputt machen, ne? Das wird ja nicht in der Ecke stehen, ne? Wand steht immer noch. Penner. Pass auf, ich muss mal eine andere Technik verwenden. Katakur. Ja, ich konnte das nicht komplett ausführen. Pass auf, wir nehmen einen anderen Charakter. Aber wir nehmen... Johnny Lawrence. Hoppla. Mein Hammer. Au. Mit, komm. Da, Wand kaputt. Sehr gut, das wollte ich haben. So, wow. Deckung. Jetzt haue ich den Typen eine Puzzle in die Kräne. Sweep the leg. Immer drauf da. Au, Penner. Herr Winkler. Penner. Au. Oh. Oh Gott, kann der Typ nervig sein. Der Hawk is in the house. Der Hawk is in the house. Warum kriegt der gerade keinen Schaden mehr? Ich haue den Typen und der kriegt keinen Schaden. Was ist denn das? Seht ihr, was ich meine? Der kriegt keinen Schaden. Hat einen missinteressiert. Der Zug, den ich richtig schlage. Der ist so viel verpackt. Äh, es geht voller neben, Hawk. Ey, warum tut der Kerl keinen Schaden? Der schütet. Falsch Richtung Hawk. warum der mensch okay wechseln wir machen wir machen bei den nur schaden tut mir leid ich glaube es ist wieder hat sich aufgehangen ich muss noch mal kurz checkpoint starten es tut mir gerade ernsthaft leid aber der länge kann ich vielleicht dass ich noch mal einsammeln gibt noch mal bonus punkte hoffe ich natürlich nicht aber schon eingesammelt haben so ich hoffe jetzt dass wir jetzt schaden bei den typen machen das ist blöd gesehen ich habe eine gewisse stelle einfach kein schaden mehr gemacht war das kaputt okay wir konnten jetzt nur auf die kampf den typen so richtig schön schaden zuzufügen das er kriegt jetzt ein paar auf die kusel die verfolgen ja 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 Bring it on! Ah, komm schon. Wechsel, wechsel. Bring it on! Sweep the leg! Ersche treten ist seliger als Arschtritte nehmen. Geht doch! Ah, Penner! Bäm, du musst das sein, hier. Bäm, schön den Arsch treten. Boom, erledigt. Aber ne, ich will nicht dabei haben. Keulich will ich nicht dabei haben, tut mir leid. Du solltest einen anderen Dancepartner finden. Dann bleib mir allein, Loser. Ne, hau ab, du Versager, ich hab keinen Bock auf dich. Ich bin eigentlich nur hier, um Stingles zu rekrutieren, weil die anderen beiden Typen kann ich nicht leiden, ne? Na, muss nicht geschrieben, dass ich hier die Arschlöcher aus der Serie rekrutieren muss, ne? Ich rekrutiere, wen ich möchte, ne? Sweep the leg! Ja, und diese Krotten sind auch meine Skelette, wer hätte damit rechnen können. Ne, Chi! Das kriegen wir hin. Wir treten jetzt erstmal ein paar Ärsche, dann kriegen wir wieder was dazu. Guck mal, Bäm! Erlege zwei Gegner mit Greifattacken oder Würfen. Okay, warte. Ich verpasste mir mal ein paar. So. Das war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Ich mag einfach die Technik. Sweep the leg! Bäm! Erledigt, sehr gut. Nein, das ist nur ein paar. In your face, boy! So, wir wollen es nie mehr rekrutieren, dafür bin ich hier. So, wieder kommen wir aufgeladen. So, Aisha hat auch Schaden abbekommen. No mercy bitch! No mercy bitch! So, wir werden es mal wieder ein bisschen so. Kata Kure! Oder kann ich nur bis zu einer bestimmten Stelle heilen. Okay, wir werden es rocken. Kata Kure! Hier geht es auch komplett. No mercy bitch! Aisha! Ja, jetzt geht es auf einmal. Guck mal. Es funktioniert, Aisha. Es funktioniert. Ohm. Na, auf geht's. Komm. Schau, was ich gefunden habe. Ach, da muss ich gar nicht lang, oder was? Dann gehe ich halt hier lang. Ich sehe schon auf weißes Kletter. Hallöchen. Kenny. Auf dem habe ich echt keinen Bock. Fischstäbchen. Yo dumme Aas. This is my Turf. Scram. Back off, Kyler. You don't own the creek. We're just looking for students to join our dojo. Join your dojo? What is this? Amateur hour? Listen here, Punk. I kicked your ass once and I'll do it again. You're not Eagle Fang material. Oh, really? I bet you can't even smack those losers over there. Gerade Schuss. Halte. Komplett gedrückt. Halte. Okay, alles klar. Dreieck, Dreieck. Ah, einer wüscht. Die Richtung, so. Bäh. Was war das denn? Ooh, ich fühle mich die Energie. Die haben Mist gebracht. Nochmal, los. Okay, das geht. Bäh. Ein. Naja. Ich wollte den Typen nicht rekrutieren, habe ich ja gesagt. Ich wollte Stingray. Also, ich gehe jetzt. Ich habe Bock auf Kaido. Na, Kaido ist ein Blutmann, deswegen will ich den noch nicht haben. Au. Auch noch frech werden, oder was? Ah. Ja, bisschen du. Jetzt stirb einfach. Au. Das war sehr verletzend. Das ist dir schon bewusst, ja. Mann. Blöd, Mann. So, jetzt schaue ich mir das mal. Knack. Mit einem einzigen Character. Okay, das blöd. Wir dürfen nicht wechseln. Au. Au. Boah, hier ist zu viel Laub, Alter. Traut euch, kommt zu mir. Au. Genau ein Move, den ich nicht abgeholt habe, ne? Ich kann nicht diesen Angriff abwerfen, von den Blöden. Siebt der Leck hat er auch drauf, das ist gut. Bam. Knack. Blöd, Mann. Siebt der Leck. Siebt der Leck. Penner. Ah, ich konnte das gerade die ganze Zeit über Spam, nur jetzt gerade nicht. Alles klar. Ich würde noch das Lachen vergehen, Keule. Ich bin ausgewichen. Gut. Bam. Sweep the Leck. Das Lachen noch vergehen, du Clown. Trau dich. Ich brauche noch mehr Schihe. Ich brauche noch mehr Schihe. Ich brauche noch mehr Schihe. Wer ist nächstes? Oh, das ist knapp. Wir haben ja noch ein paar Sachen. Hier, da, da haben wir noch was gemacht. Schau, was ich gefunden habe. Wir wechseln mal. Miguel, komm. Warte. Ich gehe nicht zum Miguel wechseln. Don't worry. Ich habe einen E-Shirt. Der kann ich wechseln, das ist klar. Das ist ein wahrer E-Shirt-Fang-Karotte. So muss das sein, ja. Ein bisschen da hoch, ist klar. Da. Meins. Kata-Cure. So, wir laden uns jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Oh. Geht doch. So. Bam. Gepälde-Picknick-Kirbel. Aber es ist eine voll schöne Gegend hier, guck mal. Ja, es ist eine voll schöne Gegend hier. Aber wir gucken da drüben noch mal kurz, kurz, ganz kurz nach. Gepälde-Picknick-Karotte. Gepälde-Picknick-Karotte. Oh, keine Gehäuse. Da drüben ich mit Hawk, kann man das doch richtig kaputt machen. Aber ich brauche ganz dringend eine Technik, mit der ich das irgendwie... aufmachen kann. Swooping in. Don't worry, ich habe das. Der Hawk ist in the house. Double-Leg-Kick. Nein. Nein. Need more Chi, alles klar. Dreieck und Kreuzbrüche mehr jetzt mal. So, wir sind aufgeladen, sehr gut. Dreieck und Kreuzbrüche mehr jetzt mal, so. Das war die Technik. Hä, wir müssen kaputt machen da, okay. So, auf geht's. No mercy, bitch. No mercy, genau. Warte, wir laden dich noch mal kurz ein bisschen auf. Du, ja. Oh, ja. Alles klar, kann weitergehen. Okay, lasst uns rocken. geld kann man gerade nicht immer das irgendwie blöd egal kommen auf geht's kommen attacke akuma deser den bolcher krotieren meist der erternung stingray hat die feind spirit we need for the tournament sensei are you the one who will finally harness true power stingray i don't know this i see a lot of spirit but not enough fighting nature will judge us defeat me my fist shall be yours that's funny hitting you should be easy big guy oh 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 but can you hit what you can't see argument besiege ihn einfach verstärkung hat seine freunde mitgebracht sehr schön genau sweep the lake hast gesehen bäb bäb penner das kriegst du zurück heule bäb das war noch mehr von seinen leuten sehr gut er legt eine menge laub rum falls verlieren sollte liegt es am gärtner ergeblich einer prozent die schuld dem gärtner au down on there ihr könnt erst mal ein bisschen heilen so wo ist das denn ein ein das tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid alter 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 genau da wo ich den grad treten wollte ne kräftet kräftet aber wären die kumpels von dem typen nicht denn wäre der kopf natürlich schnell vorbei heilen oh man das war es für hork alter die haben mich eingekästert ja ich habe noch zwei charakteren übrig bewegung 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 damn okay ist erledigt der swingway mann du penner alter gleich ich habe gleich ich schwöre ich habe gleich erwischt das war für dich stingray gute nacht aber ich wollte ihn rekrutieren ich wollte ihn rekrutieren das wie ein der fallen liefst die stingray pflege allegiance zu deinem dojo stop saying pledge just get ready to knock some heads ja endlich ah ich meine danke sensei gut er ist ja er ist beigetreten wunderbar ja mission complete mission complete so muss das sein Geil. A step, found a dojo less interested in money, more accepting of his skills and his eccentricities. His gratitude will carry him forward on a path he now shares with friends. Nice! Ja, geile Sache. Gucken da an, wie glücklich er ist. So muss das sein, ja. So muss das sein, ja. Jetzt noch die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Gute Frage, nächste Frage, ne? Der Stingray! Ist der Service? Das klingt gut. Kannst du in der All-Wallee? Der Stingray immer versucht sein bestes. Hast du noch etwas anderes von ihm? Vielleicht für den Stingray zu sprechen wie eine normale Person? Ja, komm, er geht über die glühenden Kohlen. Yeah, das passt zu ihm. Das ist cool. Gibt man, das geht von allen her, ja. Ja, ja, ja. Jetzt gebe ich mich auch gerne mal an, ja. Jippie. An sich ist immer eine ganz tolle Truppe eigentlich, ne? So. Sieht noch alle ganz zufrieden aus, das ist gut. Ach, ich habe noch gar nicht gelevelt, sag mal. Sag das doch gleich. Ach, wir können das auch mit Kopf-Dinger machen, okay. Boah, ich brauche was für Kopf, warte, wir brauchen was für den Kopf. Da suchen wir gleich mal in den Laden auf, so. Ja, das ist für Kopf, genau. Zeig mal. Mehr EP-Gewinnung. Ah. Wir können jetzt direkt auf Kategorie Kopf gehen, da können wir ja gleich gucken, was gibt es so für Kopf, also. Es wird wieder sein, sofort wieder geheilt, das ist gut. Gebt mir die Heilung. Nehmt gleich mal das Heilungsding mit, für alle. Ja, wie kann das sein, dass einige Leute nichts haben, ey. Das ist doch... Obwohl ich doch eigentlich alle ausgerüstet habe mit was. Ja, ja, das ist das, das ist das, das ist das. Das ist das, was ich sag, das Spiel ist komplett verpackt wie ein Straßenköter. Böb, 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 Böb. All ausgerüstet, wunderbar. Ist doch gut aus. Waffen, er kriegt von mir ein paar Waffen, hier. Was hast du eigentlich für Fähigkeiten drauf, zeig mal. Das ist mal richtig und wichtig, so. Du hast 10.000 Fäuste, ne, du kriegst das anderes. Du kriegst Sweep the Leg. Die Doppelkick, das sehe ich dich nicht. Nein, du kriegst für mich die Heilung noch dazu. Cutter Heilung, genau, hier muss ja. Hieb und Stich, Hatter, 1000 Fäuste, du kriegst noch Cybermobbing von mir. Irgendwie das klingt, Cybermobbing. So, ich habe hier mal überlegen, ob wir nicht vielleicht doch noch ein paar Aufträge erledigen sollten, um halt noch optional ein paar Leute zu rekrutieren. Bobbe ich zum Beispiel noch gerne im Team. Hm. Ist ja jetzt so eine Sache, weil ich hätte schon gerne Bobby dabei. bei der mall hat ihn auf jeden fall er näht ist ja nicht beigetreten was ich jetzt nicht schade fand also wir gehen mal in den jugendknast und versuchen einfach mal zu rekrutieren müssen die ganzen leute in den haren packen und verschleppen drei tage das dürfte hinzukommen gut wir sehen es gleich wieder wenn ich dann versuche diese challenge zu bestehen god bless you next level nice job another guard save nice NICE! GOOD! HAH! UGH! OW! UGH! WHOA! HUH! HUH! TEN! HUH! NEXT LEVEL! SEVEN! SIX! FIVE! FOUR! THREE! TEN! GREAT JOB EVERYONE! HOW CAN I EVER THANK YOU? TRITT MIR BEI, BOBBY! WHY DON'T YOU HELP US IN THE DOJO, MAN? I'D BE HAPPY TO Ja, komm! Das ist geil, wir haben Bobby rekrutiert. Ein Copacabeteran... Moralverbesserung der Ereignisse um 1er Höhe, oh cool! NICE! STILL! I THINK EVERYONE'S ENTITLED TO ANOTHER SHOT AT LIFE. THIS IS WHY I'M HERE, IN THIS PLACE, WHERE SECOND CHANCES ARE THE GOAL. SEEING YOU MAKE THE RIGHT CHOICE SHOWS THAT NO MATTER WHICH GI YOU WEAR NOW, YOU'LL HAVE GOOD IN YOU. I'll support your students back at the Dojo, Sensei. Honour them. When a heart speaks, the person best able to hear, is self. If bully can become pasta, what can you become? HALOUCH, ANGESTERTER DES MONATS, ZWEIMAL! I can't stand seeing this guy's stupid mug anymore. That's low, even for him. Tom Cole? Yeah, I gotcha. He's everywhere these days. Throwing money at the problem by filling them all with these cringy standees. I'd love to see these gone. Every time I see one of those, it makes me want to slap that silly smile off his face. Easy as pie, watch me. When you came into my Dojo, you were softer than a baby's ass. I made you what you are, not Chris. He doesn't give a shit about you. Bam! Okay, Gegenrutschen scheint eine gute Taktik zu sein, machen wir das mal. Bam! Und hoch da. Pui! Nice! Bam! Schnapp dich, erwischt. Bam! Die sind erhöht, die anderen Dinger. Ach, tja. Schnapp uns die Dinger, so. Ob das ging mal völl daneben. Bam! Das ging völl daneben. Das ist nichts weiter. Wir müssen auf den... Doch, da. Bam, great! Bam, erwischt. Wir müssen jetzt auf den Laster, so. Das heißt, hier steht noch was rum. Bam! Und auf den Laster, auf den Laster. Leck mich nicht ab mit Dating-Apps. Das ist ganz lustig. Wir müssen für diesen Laster dann arbeiten. Es wird für diesen Laster arbeiten. Wuhh. Ganz entspannt, ganz entspannt, wir machen das. Wuhh. Whoa, wuhh. Wuhh. Das war's. ja noch was gesehen deswegen an den speck da wenn kommt schon so auf der anderen aber auch hier er will legt es geschafft es war ganz schön die puppe jetzt sind es ist der anny way i can retten bei keule ja you can help us at the dojo we're gonna win the all valley i don't fight but i'll make myself useful yes baby hört dass du schon 1,2 prozent geil wir haben alle mitarbeiter wir haben mal die kämpfer wir sagen mal lieben sie ist beim nächsten mal wieder wenn es dann zum all really gibt es dann wie sagt passt euch auf was meine freunde ciao Wow! You see this? Looks like La Russa taught him some defense. Okay, pretty boy. Let's go! Let's go!